Wegköchen. Jo, erstmal ne Runde. Wegköchen, yay. Wie ein Witz, mach deine... Wegköchen. Also... Ich bin sorry, ich hatte das Gefühl. Nein! Ey, hörst du auf. Warte, warte, warte! Schnell, ohne Nico, ohne. Schnell! Geh los! Okay. Okay, wo fliegst du? Gute Mates. Alter, da! Da hin! Ne, hier unten! Egal. Schau aus. Wohin, wie fliegst du denn hier unten, Gegner? Achso. Stark, Erik, stark! Ja, ich fliege. Wir sind jetzt eigentlich doch mit Nico mit. Ja. Einer gestickt, Bloodhound. Ich habe zwei gestickt, Revenant auch. Das wird geklappt. Das wird so'n harten Clip. Oh mein Gott, bin ich ein Crash-Spieler. Warum bin ich scheiße in diesem Spiel? Warum ist Erik beschissen, ne? Erik, hinter dir kommt keiner, wenn man jumpert. Ich kann nicht leben. Hehehe. Finde ich, wird's halt gut. Eigentlich könnte ich biegen. Hehehe. Eigentlich könnte ich biegen. Ich sag's irgendwie zu jedem, der nichts geschafft hat. Ja, aber wird von einem anderen Team noch angeschnallt. Wird von einem anderen Team noch angeschnallt. Das immer gut ist. Ja, nicht mehr, ganz. Da guckt's. Ja, nicht mehr mal. Und...